Hallo Bunnies! Hallo Bunnies! Diana, du hast bald Geburtstag. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Auch wenn wir Konkurrenten und Rivalen sind, so ist dein Geburtstag doch ein Fest. Und wir haben ein Geschenk für dich vorbereitet. Oh, Frogs, danke. Das ist so süß. Und was ist das? Diana, heute bist du eine Banane. Du bist Senf, Maya. Knoppa, du bist ein Burger. Nastia, du bist Popcorn. Ihr müsst diese Kostüme tragen und die Aufgabe erfüllen, um das Geschenk der Frogs zu finden. Oh mein Gott! Frösche, das ist genial. Mädchen, schaut. Cool. Mädels, könnt ihr den Hinweis schon entdecken? Nein. Ich auch nicht. Die Terrasse ist viel zu groß. Wo sollen wir suchen? Was sind das für Pokémon? Mädchen, hallo. Was tragt ihr denn da? Die Bunnies wohnen zu einem Senf, einem Popcorn, einem Hamburger und einer Banane. Sehr lustig. Eigentlich, Basketballer, habe ich morgen Geburtstag. Und die Frogs haben ein Geschenk für mich vorbereitet. Ihr solltet uns helfen, den ersten Hinweis zu finden. Es ist schwer. Diana, dein Geburtstag, dein Geschenk. Du musst die Aufgabe erfüllen. Danke, Basketballer. Hi, du bist auf dem richtigen Weg. Dieser Kale hat den nächsten Hinweis. Aber um ihn zu bekommen, müsst ihr den Bananentanz tanzen. Was? Ja, Diana, ich habe den Hinweis Nummer drei. Aber um den zu bekommen, müsst ihr den Bananentanz tanzen. Cool. Naja, die Froschfresser haben es sich ausgedacht. Also, Banane, Popcorn, Senf und Burger. Lass uns unseren Tanz beginnen. Diana, was ist der dritte Hinweis? Auf keinen Fall. Ich werde Kostja nicht küssen. Und schon gar nicht in der Nähe von Salina. Sie wird mich beißen. Diana, es ist eine Aufgabe. Wenn du die Aufgabe nicht erfüllst, bekommst du das Geschenk der Frogs nicht. Warum sind die Aufgaben so schwer? Verdammt, Mädels. Meine ganze gute Stimmung ist weg. Ich will Kostja nicht küssen. Nein, das mache ich nicht. Das ist egal. Wir erklären ihm alles. Dass du Geburtstag hast und dass es eine Aufgabe ist. Oh, Bunnies. Was ist los mit euch? Das sind keine Bunnies mehr. Verteilt er etwa Flyer? Schaut, ihr könnt von mir aus Flyer verteilen. Ich schließe die Suche jetzt ab. Diana wird die Aufgabe erfüllen und ihr Geschenk finden. Ein cooles Geschenk. Oh, da ist was gekommen. Diana, dein Geschenk der Frogs ist in deinem flauschigen Auto. Ich hoffe, es gefällt dir.